Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy! Woohoo! Im letzten Part haben wir Baby... Baby... Bowser... Nein, Bowser Junior. Baby Bowser, genau. Bowser Junior hat voll auf die Arme gegeben und der ist dann einfach abgehauen. Und ich war noch nicht mal fertig mit ihm. Und dann ist Luigi in eine kleine Petite gekommen. Ja, er war fast vorm Ersticken, weil er sich irgendwie in einer Kuppel festgehangen hat. Und den mussten wir dann retten. Und was er dabei hatte, war ein grüner Powerstern, ja? Ein Powerstern, ja. Er war grün. Er war grün. Und die Persi... Die Persönifika... Ja... Hallo, Luma, na? Der hier erklärt uns jetzt, was die grünen Powersterne sind. Hallo. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Gelanxin. Und das Tor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Also müssen wir noch zwei weitere grüne Powersterne bekommen. Und dann können wir die Frühfall-Rail-Dones bringen. Okay, ja. Jetzt müssen wir einen Hinter-Sicht-Bringer-Fotosuar. Also, dass ich auch ganz lustig esse. So. Wir haben die Küche fertig, soweit erst mal. Keine Chabana-Kometen nicht. Schade. Ich habe jetzt auch Chabana-Kometen gefreut. Na dann, gehen wir mal... ...in die nächste Kuppel. Nämlich in das Schlafzimmer von Rosalina. Ja. Hallo. Feiertige Basis entdeckt. Und wir messen unerhöhte große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Und das Ganze im Schlafzimmer von Rosalina. Hallo. Hier steht aber auch nur ein Bett, ne? Und ein Baum. Ein sehr verpixelter Baum. Und ein... Ja. Sonst nix. Na gut, das ist das Schlafzimmer. Das muss nicht wunderschön aussehen. Obwohl das schön aussehen. Aber so ein Schrank oder eine Kommode, ne? Wäre schon mal nicht schlecht. So. Ganz viel neues Zeug. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal bei der 24 an. Und abonnen uns dann weiterhin fort. Und das ist der Wintergarten. Eine schöne Galaxie. Mit ganz viel Obst und so, ne? Schön eckig, quadratisch. Mit einem riesigen Fragezeichen. Bähähäh. Ich glaube, die Galaxie passt ganz gut zu mir. Aber ich muss schon mal sagen, ich bin nicht gerade einer meiner Lieblingsgalaxien. Aber wir werden es so schnell kriegen. So. Der Himmel, der Wind und der Hase. Nein! Nicht die Hasen! Aber die Musik ist einfach nur episch. Hallo. Hallo. Ich bitte. Ich bin nicht die Famigin, um mit einem Pflaumenkraut hör zu fliegen. Das geht dreimal. Ich habe genau dreimal. ja das kraut werden wir gleich noch kennenlernen ich weiß wenn ich das und weil ich das vorbereiten möchte was es durch kommt das erste ist auch gar nicht mal so schwer aber also zum schluss müssen klopfen hasen kommt so und jetzt fallen wir runter okay so hier unten war eine röhre das habe ich ganz genau gesehen da möchte ich rein nur kurz die röhe gucken was gibt es denn hier schön ist eine runde irgendwas ganz viel hallo ich habe es wieder damit wort und schraubengeschüssel der kamera irgendwie ist ein bisschen verdreht ich glaube die hört sich so und einmal kommen wir noch so jetzt mal wieder nach unten gucken hallo na was wird deine schraubengeschüssel wieder rumschmeißen hier hallo ähm Mario ist ausgewachsen jetzt oh okay what ever und aua ich habe mich erfügt so was auch immer das war okay was bist du eigentlich wenn du nicht mehr weiter weist geh auf die unterseite des sterns okay das macht Sinn dann landen wir hier und bams und bams ich höre ich höre Kiefer oh der ist ihm gefallen Fuchs der arme Kiefer mein Böbchen shit und die Münze lasse ich liegen okay äh oh da geht's weiter da ist nix da ist er okay ja kann man auch lang verschiedene Wege au das war gemein lacht du mir doch aus Ups der hat mich ausgelacht wir können mich mal ich geh jetzt okay ja ja das war schon irgendwie gemein ich wollte doch nur da lang ne dann geh ich halt hier lang das hätte sein können dass da irgendwas ist obwohl das glaube ich der gleiche Weg ist wie ich hier gerade gehe egal ajo Mario mach doch mal so hallo na ahja ich muss da drauf da muss ich drauf okay okay so jetzt gehen wir aber weiter so da ist er glückchen ausgewachsen ja darf ich da jetzt lang glückchen glückchen kann nicht so schwer sein hier mal glückchen abzuschießen so ne ich höre eine Grille nein das ist voll gefährlich was du da machst kannst du mal aufhören ich sag das ist nicht ich meine galaxie hier nein das ist nicht weil ich mich doof anstelle nö so so jetzt müsste der Hase kommen der Hase der will nämlich wahrscheinlich wieder gefangen werden oder sowas schick schick sprich rum hallo Hasen glaubst du du kannst mich fangen ich mag das nicht das finde ich voll blöd ich mag das ist gemein das ist so gemein ich warte doch mal 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 jetzt war ich mir jetzt gerade oh mein Leben bisschen neu ist er hier sonst auch immer durchgerannt wo ist er denn jetzt hin da drüben ist er ich hab's genau gesehen jetzt bleib doch mal hier geschwind der Hase bleibt doch geht doch bin ich schon ein bisschen lahm ne ich hab voll ja da will gebe ich hier diesen Stern war schon ein bisschen langsam ne das gibt's aber noch schlimmer beim nächsten Mal will ich aber anders laufen das kannst du laut sagen ich weiß was du meinst ich 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 freue mich da nicht drauf nein darauf freue ich mich ganz und gar nicht ich mag keine Hasen also nicht in diesem Spiel das ist voll gemein und so ich bin Hasen voll gemein wie gesagt die mochte ich bei Mario 64 noch nicht und ich mag sie jetzt immer noch nicht und wir werden da jetzt wieder hingehen weil ich bin froh wenn ich die Galaxie hinter mir habe auch wenn es grün ist und da Äpfel sind ich mein beides aber nicht das Wort am Nasen Begegnung mit Generalmaulwurf das kann ja was werden eckert ihr die Häschen ich glaub das kann ich nicht gut heißen ja er eckert die Häschen nein das macht man nicht müssen wir jetzt was gegen tun hallo da schweb 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 das reicht nicht das reicht nicht das reicht nicht das wird so was war nicht reichen nein 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 oh Gott sei Dank ey so diese Mauerwürfel können wir so aus der Erde rausholen ganz einfach und das ist schon das ganze Prinzip auch von dem ähm von dem Buskampf später mit Dicke in der Reimbau so ich glaub wir sind auf dem Fragezeichen ja wir sind grad auf dem Fragezeichen da war nix da war nix ungemein äh oh ey bleib hier bleib hier kann man nicht einfach abhauen musste ich doch hauen wusste ich nicht aber ich tue's trotzdem so zieht wir ganz oben auf dem Fragezeichen du musst deins beeren so nieder mit allen Maulwürfen für mehr heile Rasen gegen Maulwürfen ja Mario fliegt nicht so weit das sieht böse aus so das ist eine sehr interessante Art seine Pflanzen ähm einen schönen Heil zu geben da ist ein da ist der Dingensstern ja ich hab das wieder grad vorbeigelaufen ähm danke da reich die da jetzt so weiter geht's zu den Äpfeln da drüben die sehen voll lecker aus was passiert wenn ich auf den Korb springe das ist die Korb und immer satt aber schon ein bisschen brutal ne aber cool das ist das tolle Fressgeräusch auch so im Hintergrund so da gibt's noch Sterne tja Raub auf zu fressen Mann das ist eine sehr sehr lange Raupe eine sehr sehr lange Raupe äh ich glaub Ringler ist ein bisschen sauer kommt der jetzt gleich hier rüber gerannt ne kommt der nicht so ähm Mario Mario geh soft danke geh auf den Korken geh auf den Korken voll Dank ja 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 einmal hier äh wie Käfer äh noch mehr Käfer was haben wir hier die Raupe weiter kommt's anscheinend nicht und was haben wir hier äh Mario Mario oh oh war ich ja putschig ne ich wollte kein Zähnchen ich hab mich jetzt gerade an die Beinen Schlangen aus der normale 3D wohl ne so ein bisschen Vorgänger davon da müssen wir hin da ist wo die Kack am dampfen und sie ist sehr berangt bleibst du hier bleibst du hier jeden war natürlich mit sonst noch irgendwas hier da ist noch was hier ach so das war okay das hatte ich ja gerade eben aber da war noch einer so was gab's denn hier gar nichts ganz viel Sternenzeug für mich hier die Diene und weiter geht's bis ich hier nicht komme ich rette dich okay ähm ähm jetzt hopp er ist ein Baulog er ist ein noch gar kein Baulog er ist ein Baulog wo ist er wo ist er da kommt er da kommt er bleib hier bleib hier bleib hier du Süßchen wartet Ne? Wo ist es? Da, das hälst du, das sitzt oben auf dem Baum. Und macht gar nichts, ne? Stopp, das ist ein bisschen Büsel. Bleibst du hier? Bleibst du hier? Nein, nein. Könnte wohl nicht wahr sein. Komm her. Das gibt es doch wohl nicht. Jetzt aber, jetzt aber. Komm, 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 komm. Moorlog Maulwurf. Na, geht's dir jetzt besser? Danke, du mich rettet hast. Danke schön. Okay. Interessante Leben für Wies gibt es hier. Sag immer noch, es ist ein Moorlog. Ja, die Zeit sagt, Zeit zum Speicheln. So. Ich mag Moorlogs. Jetzt haben wir sogar einen Hasen gerettet. Ne, ich mag doch die Hasen aus Mario nicht. Ich bin ein Gummiball. Okay. Gut, dann will ich mal sagen, ne? Das war's ja erstmal hier in Grusalinas Schlafzimmer. Genug Action hier, ja. Schlafzimmer. Okay. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bisher in Gefahr denn. Und ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Bei Super Mario Galaxy und so. Also, tschüss und bis dann. Die Stoffe ist zu hoch. Das war's ja auch. Bis dahin! Das war's ja. перед